Schwangerschaftsstreifen sind Risse in der Tiefe der Haut. Sie gehen eher nicht durch so ein Gerät weg. Was du stattdessen machen kannst, ist massieren, dass du regelmäßig vielleicht auch Microneedling-Behandlung oder bestimmte Wirkstoffe auf der Haut aufträgst. Das gehört einfach auch dazu und zeigt, dass der Körper eine Schwangerschaft hatte, du entbunden hast und viele, viele Frauen und auch Männer haben eben solche gutartigen Hautveränderungen.